Die neueste Abzockmasche, die die Verbraucherzentrale auf dem Tisch hat, ist von Stromanbietern. Die wollen am Telefon neue Kunden werben. Vermutlich werden dazu Callcenter beauftragt. Sie täuschen am Telefon meist Meinungsumfragen oder ähnliches vor. Am Ende behaupten sie, telefonisch einen neuen Stromvertrag abgeschlossen zu haben. Den alten Vertrag kündigen sie mit einer gefälschten Vollmacht der Betroffenen. Doch schon allein der Anruf ist in den meisten Fällen strafbar. Wer so einen Werbeanruf bekommt, sollte ihn auf jeden Fall zur Anzeige bringen. Dafür muss der Anruf möglichst genau protokolliert werden. Ein Formblatt dazu gibt es von der Bundesnetzagentur. Wenn gleich am Telefon klar wird, dass ein unseriöses Unternehmen anruft, dann gibt es nur eine Sache zu tun. Man muss immer eins im Kopf haben. Jemand, der unerlaubt anruft und mit einem Bußgeld von 300.000 Euro belastet werden könnte, kann eigentlich nach meinem Dafürhalten nicht seriös sein. Das heißt aber auch für die Verbraucher, mit einem nicht seriösen Ansprechpartner sollte ich gar nicht erst telefonieren. Jedes Wort, was ich dort spreche, ist eins zu viel. Man sollte schlicht und einfach auflegen. Wenn im schlimmsten Fall schon ein Brief vom neuen Stromanbieter ins Haus flattert, sollte man sich an die Verbraucherzentrale wenden. Dann muss so schnell wie möglich Widerspruch eingelegt werden. Denn abgesehen vom illegalen Werbeanruf werden die neuen Strompreise sogar immer höher sein als bei der örtlichen Grundversorgung. packed und schlicht und somit mit einem Jetzt! Okay, jetzt schön bitte. Vielen Dank.